Ich bin im FMS Wie ein Polizist Warte kurz Ich krieg nur die Beine gespottet Die sind beide hinterm Auto, als hätten sie irgendwas gecheckt Ja ich bin aber hinter den Hinter? Ich hab ein, ich hab ein Einer läuft zum Ding, zum Polizeiauto Sagt mir Bescheid, ich hab ein Ich bin im FMS Ja, aber wenn ihr beide habt, würd ich sagen Die haben jetzt alle festgenommen, wenn ihr könnt Ja, der eine hat einen Zivilisten Okay, sag was, können wir Habt ihr beide einen im Visier? Ich hab einen Warte Da kommt ein Bullenwagen Noch einer? Der an der Halle gegenüber An der Halle gegenüber? Oh ja Sehen? Ja, ich seh ihn Darf ich abknallen? Ah fuck, jetzt ist er hinter den Wagen gerannt Nein Ich hab alle Cops voll im Visier Alle drei Ich auch Alle drei Na, wenn ihr gut treffen könnt Ich nicht mehr, ich nicht mehr Ich bin weg Hast du grad einen getötet? Ja Okay, dann jetzt alles, was ihr seht, schießen Officer getötet Die haben mich gesehen Ich wurde getötet Ich wurde getötet und er ist tot Ich wurde getötet und er ist tot Bitte schieß den Polizisten, der gleich zu mir kommt ab Medic Alter, scheiß Taser Wirst du getötet? Noll! Wieso schießt SRS auf mich? Okay, das ist RDN Enter Ich hab's auf Video Sind alle Cops down? Ne, die SRS töten uns halt Also das war jetzt RDN Weißt du, der Kano schreibt gut so? Wo liegst du eigentlich? Äh, die haben mich nur getastet, aber der andere steht weiter hinten Auf der anderen Seite von der Straße Einer von euch wurde doch Wounded Ja, genau auf der anderen Straßenseite Sind alle drei Cops tot Okay Sind alle Cops down? Ja Also mich kannst du echt aufheben Weil mich hat irgendein Fremder erschossen Der hat gerade gesagt, das war keine Absicht Kashi ist tot Jetzt sind alle 3000 Äh, was machen wir jetzt mit denen? Also ich werd grad aufgehoben, weil die haben mich aus Versehen abgeknallt Okay, ja, was machen wir jetzt mit denen? Ähm, ja, ich weiß nicht Ich würde gerne die Polizeiweste haben Ja, keine Ahnung Eben, der das Equipment eh nicht, die Panner Ja, eben Ich frag mal, Herr Energy Äh, Herr Energy, ich hatte ein kleines Angebot für Sie Wir lassen alle von Ihnen laufen, lebend Und verziehen uns aus diesem Gebiet So dass Sie Ihre Arbeit verrichten können Und dafür würde ich gerne Ihre Polizeiweste entgegennehmen Warte mal Da steht keiner Können Sie mich nicht hören, oder wie? Können Sie mich nicht hören, oder wie? Warte mal Da steht keiner Können Sie mich nicht hören, oder wie? Dann muss ich das machen und muss sich danach verraten Bitte sagen Aber mir gibt ja keinem Menschen eine Antwort Wie wärs mit einem Nein oder einem Ja? Bitte Nein sagen Dann grätzen wir Ihnen nicht Wo war dieser SHS? Sound müde Können Sie mich jetzt besser verstehen? Ja Jawohl Okay, ähm Wir würden gerne eine Polizeiweste von Ihnen haben wollen Wir würden uns aus dem Gebiet dafür zurückziehen Und sie alle lebend hier weglassen Wir vertrauen Ihnen Dann bin ich ja eh gleich schon tot Okay, dann lassen wir das einfach Lass sterben Sattest in-game nochmal, dass ich sie nicht heilen darf Mann Okay, dann schießen wir den um Einfach in-game sagen Trotzdem Ich hab nichts getroppt Lorn hat, weil er wegen RDM gestorben ist Okay Äh, ich hab nur 14 Millionen, man Dann muss ich ja mit Cent achten, ja? Nein Hey, was machst du denn jetzt mit den Leuten? Hä? Was machst du denn jetzt mit den Leuten? Lässt die jetzt frei, oder lässt die nicht frei? Ich muss mal eben gucken, wegen was die drauf sind Weil der Swerby grad irgendwas sagte Warte mal Olaf 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 sind Boah, fünf getötet Mann, Olaf muss das sein, Alter Ey, wir haben heute sehr viele Leute beschützt Beim Öltrader Interpol ist auch drin Ne? Interpol hat nur ein Nur ein Getötet Lappen, ey Nein Evo hat zwei Sieht man wenig getötet hat? Nein Nein Dann ist ja gut Ist Hammer Cox hier auch drin? Hammer Sink hier auch drin? War auch Energy, du verstehst das Fakt Ja Ich hab sie verwundet und Interpol hat sie gefinisht Vier 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 Ich bin unsuldig Stimmt, da, da haben... Ach stimmt, wir haben ja da oben... Ich verstehe im Heim Er guckt jetzt wieviel Geld er mit uns machen kann Ja Das stimmt, das ist wieviel Erstmal Ausstieg 5 Moll Olaf ey Olaf ey Olaf du war das ne klasse Also Interpol du bist Trial hier Du nimmst alles auf dich Und wir gehen Ja ja Steig mal auch aus Bermut, kannst du mich vielleicht ein bisschen vom Heli wegschieben? Ich hab grad so das Plitter gekriegt Das wir gleich in den Knast kommen Ich bin schon echt positiv überrascht, dass wir noch unsere Waffen haben Das finde ich schon mal sehr nett Ja, wenn ihr in den Knast kommt, dann verliert ihr die ehre Ja, okay Deswegen verstehe ich nicht, weil manche sich aufregen Weil wenn die wegen drei Morden gesucht werden und die Waffe verlieren Dann brauchen wir sie nicht aufregen, weil die eh verlieren Ja, nur Teilweise nehmt ihr uns fest Ihr sizt sofort die Waffe, aber wir befreien den noch Und dann hat der aber schon die Waffe verloren Dann ist irgendwie Ja, dann Ja, aber das ist normal, wenn du jemanden ausgeschaltet hast Dann nimmst du mal selbst die Waffe ab Das ist auch im real life so Soll ich mal einfach ein Habits bauen? Ich kann auch sagen, ich nehm dir jetzt über RP die Waffe ab Dann darf ich nicht mehr schießen Ja, ja Ob du welche machen dann Hm So Okay Schlechte Nachrichten Ihr kommt alle in den Knast Ja Mein ähm Mein Vorgesetzter hat gesagt Wenn die auf Wondage stehen, müssen die in den Knast Ja, der Swabby Jo Wir haben uns einen guten Tag Was hat der eigentlich für den Rang, der Swabby? Okay Lieutenant Lieutenant Lieutenant, wie hat der eigentlich die Helikopterprüfung geschafft? Was ist das für mich? Mit seinem Outdoor-Hover-King-Modus Was meinst du gerade mit mir? Äh Ähm Der gerade Salvatore Ja Ah ne ist gleich Salvatore Boah ey, wie TF hier Ihr seid zu viele Zink ist satt Das war nicht richtig Du lässt sie jetzt nicht frei, ja? Ne, kann ich nicht Ich glaub, es hat unsere Fan-Kollegen, die an sich das merken, Energy Ja, ich würd sagen, das merken wir uns dann einfach mal, ne? Dann merken wir uns Wir haben ne Befehls-Kette, was soll wir machen? Ja Ob ihr jetzt die mehr Energy nur noch mit dem Hanna durch die Gegend fahren? Wo ist denn heute eure Route, die ihr abfahren müsst? Äh Habt ihr keine Patrouillen zu tun? Ist immer unterschiedlich, ist immer unterschiedlich Sagte er Ja Ja, ist echt so Da die Arme werden, krieg ich das komplett oder? Wett Achso Äh So Hast du die Waffen schon vor allem gezeigt oder was? Ich hab mir von niemandem gezeigt Ah ok Gut Warte grad ne Drohung, Salvador Nö Das war Keine Anspielung auf was nettes Das Problem ist auch, man kann uns nicht aus dem Knast befreien Weil jedes Mal, wenn nur ein Rebell im Knast ist Zumindest zu den Zeiten, wo Outsider online war Waren mindestens drei Cops Äh Am Gefängnis Jedes Mal Das ist auch noch Befreu euch doch nicht, ihr seid doch schon so unfähig Lasst euch verhaften, man Aber der Jäger Ey wir hatten Bug Ja, 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 ja Olaf ist gegen ne, äh Gegen ne durchsichtige Wand geflogen Dann habt ihr euch gegenseitig zu töten, war das nochmal Okay Dink Da? Ja Ihr könntet mich wenigstens noch halten Äh, ihr kennst das Spielchen glaub ich ähm Ich geb dir jetzt die Chance einfach die Waffe halt auf den Boden zu legen Kannst auch W-Sea behalten Munizium kannst du auch behalten Dann verlierst du zumindest jetzt nicht alles, ne? Okay Okay Ich glaub man fehlt doch alles auf dem Rucksack, egal was drin ist Ja genau Deswegen würd ich dann auch noch die Waffe auf den Boden legen müssen Du kannst in die taktische Weste packen wahrscheinlich, oder? Nö Du fliehst alles Auf den Klamotten, Westen und Rucksack Ah, alles Also Ich bin im Boss ich kann nicht abgeben Okay, dann Mach mal Äh, dann Wurzu denn? Dann bringt's ja nix, wenn ich eh alles verliere Deswegen sollst du ja die Waffe auf den Boden legen, das heißen wir ja nix Das Visier kannst du ja behalten, wir wollen ja nur die Waffe dann Also Ja aber Ey sie verliert da auch, er verliert alles im Rucksack und in der Weste und in der Wenn der in den Knast kommt Ja 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 Aber wir können's ja mal testen Aber normalerweise Wir testen's erstmal mit dem Sink Wir testen's erstmal mit dem Sink Haha Ey die will nur ne Katiba haben, das ist das Ding Hä ich kann mir auch ne Katiba kaufen Hast du? Ja Da hast du schon? Ja hast du schon? Beabu das hab ich gesehen Was denn? Was denn? Der hat die aufgenommen Der hat die aufgenommen Da ist die Katiba Nein Äh hast du genug zu essen und zu trinken? Ähm Warte mal kurz Hat du ja sowieso abgeholt, brauchst du sowieso nix Der werden wir ja nicht Haltet die mal hin, haltet die mal hin Haltet die hin Ähm Kannst du mich nochmal kurz belehrten hier mit meinen Rechten? Das hab ich noch nicht ganz mitbekommen Alter Sönch ohne Scheiß Alter mach dein Mikro jetzt endlich mal Du hast das Recht zu schweigen Alles was du sagst Habe ich irgendwie gesehen Ja wie kann und wird gegen dich mehr Wende werden Der Leutnant ist beim Gefängnis Du hast dann Recht auf den Anwalt, wenn ihr keine Leutnant Das wird dir vom Gericht an eingestellt War wieder klar der Leutnant ist am Gefängnis Okay Wahrscheinlich noch 3 weitere Cops 10 Kasse, äh Essen trinken, wolltest nen Donau, wolltest nen Kaffee Ich hab Ach Scheiß, ich dachte ich hab noch nen Apfel Was gesundes für dich Ja Dankeschön Jawoll Ich glaub ich hab nen D10 Dann Guck mal Guck mal Guck mal Return to Formation Also wie gesagt Alles zu behalten Vertrau dir auf Achst da die Waffe Achst da die Waffe Gehen sie vor mir weg am besten Tät mich vor deinem Naht aber ich dir vertraue Wenn der dich jetzt wegpratzen würde Wenn der dich jetzt wegpratzen würde Wenn der dich jetzt wegpratzen würde Dann würde ich den sogar laufen lassen Glaub ich an Lauf, Interpol, lauf, ich seh nix Einfach wie Max das Umdrehen und beiden direkt den Hedger verpassen Run Forrest, run Okay, alles klar Ja, er hat's wieder direkt einkassiert Er hat's mal direkt ins Haus bringen, oh Herr Bärmuth Ich hab keine Haus Ja, ja Hast du nicht das Haus in Zaros noch? Ich bin kein Schneider So, zwei Donuts, zwei Kaffee für dein Kumpel, dein Mund Tauer eins ganz oben ist im Kopf Haben wir noch irgendwelche letzten Worte? Achso, free Fall back Interpol Interpol ist mad Ja, äh Fick dich wegen Knapp Mloi 3, return to formation Der hatte mich glaube ich vorhin gekillt, der Olaf Oder? Ich hab keine Ahnung Nein, nein, ich war das nicht Wieso bringt der uns die Treppe hoch? Wann machst du denn da oben? Musst man uns hier oben in den Knast bringen Oder wirft der mich jetzt hier runter, damit ich sterbe? Er wirft dich runter, du warst zu freck Ja Wenn du den nochmal runter schmierst, du weißt Bescheid, ne? Ist Officer vorbei Wieso bringt der mich da oben? Wissen nicht Wer will dich jetzt vergewaltigen? Komm runter jetzt Meine Luxusknastreise geb ich dir jetzt, ne? Opa, was da los? Kann man hier nicht abwenden? Oh mein Gott ey Wuuu 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 Ich weiß schon, wer nicht befördert wird Wuuu Ja, ich doch auch Kannst du noch einmal sagen Ey, Energy Kannst du noch einmal sagen, dass der durch die Mauer geschossen hat, dass der durch die Mauer geschossen hat, dass der durch die Mauer geschossen hat, dass der durch die Mauer geschossen ist, durch die Mauer geschossen? Ist der bei euch? Können wir uns über Beermut mal eben im Forum beschweren, alle bitte? Ja Ja, machen Ja, geht doch gleich Ich mach schonmal das Werte auf Pass mal, ich mach schonmal das Werte auf, dann könnt ihr das gerne machen Er geht spazieren Das kostet ja 200.000, der muss Der denkt auch, ihr Rippertweil, da kann ich das mal machen Ja Ich kriege jetzt etwa 100.000 durch den Einsperren, ja? Ist auch gut Was? Wegen einem Mord? Was? Wegen einem Mord? Der kriegt doch nicht 100.000 Schöne Reise, ne? Schöne Reise Ich hab ja nur einen Mord Alter, du packst ihn jetzt in den Knast, ey Nicht mal 10k, Mann, nicht mal 10k Was ist mit dir los, ey? Mach mal mehr, Mann Guck mal, wir haben sogar Besuch hier Dann mach ich es euch jetzt als reich, oder? Olaf kriege ich auch, ich kriege Olaf auch Ich kriege Hirschensweil, das ist gut Ja, alles aus dem, es ist alles aus den Rucksäcken weg, also ihr braucht's gar nicht machen Ne? Jetzt war doch bei Sink hat das doch funktioniert, hätte ich glaubt Ja, Sink hat doch gesagt, das hat funktioniert Ah, jetzt ist bei mir auch nichts mehr, eben wurde es nur angezeigt Ach, boah, dann machen wir das jetzt einfach, ah nee, dann habt ihr halt, wie sie, ach ne, wie sie habt ihr auch nicht mehr Ja, wir haben nichts mehr Ne, ne, wir wollen die selbe Behandlung haben wie die anderen Ja, also Also wir wollen auch nochmal hoch in den Turm Ja, bitte Aber dieses Mal etwas länger Ja, pass mal auf, dann nehm ich mir schon mal den Evo, hoch in den Turm, nein Nein, 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 nein Warte jetzt, warte jetzt, auch mal vor allem liegen? Ja Wir wollen die selbe Behandlung, kriegen die selbe Behandlung Boah, 20 Minuten, dann geh ich mal eben kacken Das wollte ich jetzt wissen Das hat nicht Spaß Würdet ihr mich jetzt eigentlich tatsen, wenn ich mich nur nach rechts drehe? Ja Interpol, dann hebt man eine Latrine aus Hier auch alles Okay Ja, normal No Ich bin am Knast Ja, klar, hab ich gesehen Opa Boah, hast du gerade am Knast gekillt, oder was? Boah, ich geb hier Evo, ich geb dir schon mal erst ein Trinken Boah, hast du gerade am Knast gekillt, oder was? Ja, genau, okay Warum sagst du nichts? Aber nicht durch Mauern schießen, das ist scheiße Aber ich heff den Opa, ist ja nützlich, wenn du mir das sagst, bevor ich dann mit mir die Antanze Okay Ich würd gern wissen Was? Du stürzt ab, aber es wird dermaßen Weißt du denn das für eine Dex-Kacke, Mann? Boah, Käse Du bist ne Mauerhaut, Gott Ich will, ich will mein Mauerhaut, komm ab, wenn wir jetzt jetzt da haben Ich geh jetzt zum Mario Schia, pass auf, nicht dass das jetzt gleiche passiert wie mir Man kann auf 1000 Meter keine Roll machen, was soll das? Ich hab mir heute nicht ganz so schlimm Du eine dumme Kackharre, Mann, ich schwör's dir Schia, mach mal Rückwärtsseite Oh mein Gott Das ist Schaffter Muaah Chaka Ich glaub das hat nicht funktioniert Ist ja in unseren Heli auch rein gestürzt? Nein Ich hab nur eine Explosion gehört Ich hab zwei Explosionen gekämpft Magst du mal kurz nachschauen, ob unser Heli noch da ist? Ich geh grad gucken Komm mal, ich dance hier am Boden rum, ich zitter so erst Du hör' ich keinen Sirenen-Sound? Hast Sirene aus? Juhu 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 umdrehen fast die Flinden kommen er bleibt so eine gute Sicht auf euch hat einer meinen Arsch im Blick ich fährt den Wagen erst mal weg äh ich geh wieder in mein Häuschen hier rein und ich guck mal rieche ich schon Kavala dann... hast du den ausgeraubt? ja klar klar, ich mach das erste was ich mach hat jemand einen Granthelbad angeschoben? ja hab ich sind die beim Heli unterwegs? bestimmt die sind in einem unterricht die werden auch hier auftauchen später, wir müssen schnell weg ähm, holt einer den Heli zurück, dass sie schnell einsteigen können Offroader von Attira, aber Zivilist kann man machen, oder? schon mal ein Heli unten bei euch landen ja, Heli 2 ist so weit weg, wollt ihr den nicht schon mal hier hinfliegen? ja, wir müssen noch viel zu viele für einen Heli sowieso ähm, du willst sie jetzt wiederbeleben lassen und mitnehmen, ja? ich warte aber nicht mehr lange äh, geht mal einer zu Heli 2, fliegt runter zur Topord und landet ihn da unten dann gehen oben alle auf den Berge in Heli 1 und die unten alle in Heli 2 ja, ich renn mal hoch also einfach unten landen versuchen, dass die Cops da gleich rein können heben aber erst ab, wenn der Arzt wirklich da war bleibt Max, ja naja, wer hat den Arzt von euch dann angeschrieben? ich hab ihn angeschrieben ok und ähm, wenn er antwortet, sagst du Bescheid, ne? ja ja, ich denke, er muss gerade neues Zeug kaufen die hat nicht gedacht, dass das ein Bait war das war jetzt wirklich dumm, weiß ich nicht was offensichtlicher geht's gar nicht, also komm ja, vorhin so dumm zu handeln dann, Alter komm, er läuft mit nach der Stadt, was will er hier? war sogar verwirrt ja, komm das sind die Kings, ich weiß nicht, wie äh, der hat die Nachricht nicht gelesen, ich hab ihm Bescheid gesagt was sind die Kings gerade? Ja, das sind die Kings ne ist halt immer ein bisschen verwirrt nein kommt Nehli ja kommentiere, ne? Officer Hanzo G oh no ah, ich muss mir mal, äh, Kokain reinhauen ja, er spottet doch ja ja, schieß nicht runter, oder? wenn da 10 Leute drauf schießen, dann müsst ihr doch Daumen geben ne, wenn nicht, wenn da so hoch und der bewegt sich äh, ich kann euch nur sagen, dass, dass Kriegsgebiet wurde uns gesagt hol den her, komm komm her wenn hier Kriegsgebiet ist, sind hier irgendwo Cops wir nehmen die, wir wollen die hier nur die sind gerade Cops hier sind keine Cops mehr, wir wollen die aufheben als Geil zu nehmen ok, die sind rot gib den Ilkett, gib den Ilkett so dann überleben sie länger ich bin schon aufm Weg wir sind ja, äh, es sind keine Schüsse mehr und wir sehen auch keine Cops, aber einer fängt über uns drüber im Moment stopp wir sind noch 10 Mann, also passt das schon wir sind 10 Mann dort ja, ja wir sind der kranker Wächster ja warte mal wir warten mal Korb, dann wollen wir aufm kawala aufs kawala kommt vom kawala bin ich man so so ganz okay wir treten immer noch seine Runden sogar Cops war der Jungs wie sieht es mit dem Video aus, der runterfliegen soll? der im Bullenwagen saß, ist später gestorben warum jetzt ist es egal Max dann hör dich und warte mal was war das gerade dein Rauschen ich darf nicht, wenn er sagt ich darf nicht, darf ich es nicht ja, aber hier ist doch keiner doch das musst du ihm sagen, Mann das musst du ihm sagen, Mann ich darf nicht, wenn er sagt, nein 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 ich darf nicht aber den Checkpoint checken, oder? hab ich das nicht verstanden? ja was ist denn da los hier? dann kauf mir den Element, los sind wir hinder? da kommt uns um, wir sind gegen bei Dayton mob fahren wir zum markierten Stelle, da ist ein Hunter wir müssen uns irgendwo eine Pose suchen, wo wir schießen können oder? ja es geht drei Hand, aber ja ich weiß wir auch, wir werden auch gleich gerammt schmerzt mal ein bisschen rauh, oder? ja ja oder fangen wir rein und hauen dann noch mehr rauh ja, nichts bei uns, wir brauchen eh keinen mehr rauh ne die rammeln uns zu Tod, das ist dummes Gerammer jetzt Achtung, Schilder der Rauch löst sich auf, der Rauch löst sich auf, jetzt auf ja soll ich noch mal Rauch werfen? ja ok, ich kann reparieren gut, reparieren die sind oben drauf, die Hügel auf dem Hügel, Vorsicht ja, ich wer repariert ja, wir haben keine Einsicht ja, Jungs, das ist Assi, Alter was soll das denn? äh, D, C, ah dieses Gash ja, ich bin eingestiegen zum Fahrer ja alle in den Fahrzeug rein, lass das Fahrzeug stehen und weg Kofar, Fall Lukas, Alter hast du das nicht gesehen? ne, ich hab hinteren steigt da hinten, weil du musst nach vorne gucken, du guckst nie nach und der Fahrer guckt nach hinten, Alter ich dreh durch ich hab geguckt, wie weit der Amt weg ist uuuuuh ah, interessant sollen sich die anderen jetzt verpissen? ja, aber warte, es ist am Himmel Pass auf, Lukas, rechts äh oder wer auch im Hügel auf dem Hügel auf dem Hügel ist am Hinter ich würd's ein mob, ich geb mal auf Fahrer und da kommt nämlich ein Hunter sag ein, wenn du in den Fahrern willst ja ja, aber ich bin jetzt als ja, sind alle tot verschwindet oh, oh komm mit dem Ghostsau, wenn wir beschossen ja, sicher wir hätten voll rein der Heli fliegen, komm mit dem Ghostsau dann einfach weiterfahren draußen leine fahren die rüber du, oder willst du da auch Checkpoint machen? also ich kann drauf wetten dass sie gleich in den Checkpoint einfach mischen er hat wieder die Hände runtergenommen aufpassen ja, aber wir haben ja nichts gemacht um so lange der läuft zum Auto, oder? ja vor dem Auto schießen? ich hab Freischuss nein, 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 nein der hat sich ins Licht gestellt ja, einfach nur der andere kommt auch vor der andere kommt auch vor das macht er richtig ungern Polizei-Heli nee, FAP sorry nee, FAP und gibt auch auf haben beide aufgegeben und ein paar Mann zu Fuß hin lass mal ein Auto vorholen damit wir direkt wegkommen ja, ja denkt an Beermuth der war ja dabei, oder? ja, da war nicht da dabei der war woanders okay soll ich ein Auto vorholen damit wir die direkt wegfahren können? ja, ja, go go los, los, los los, los ich hol den Heli nehm die Kommunikationsmittel weg, ne? wo sollen wir hier bleiben, oder? eine Person ladet die erstmal ein und dann rückt ihr zu unserer Position rückt ihr bitte zu ich markiere euch eine Position dahin vor entwaffnet die was macht der Heli hier? wo steht ein Fiero? ich seh den nicht ich seh nur Bro steht vorm Auto, passt schon wo man das Auto macht wir haben bitte und Beermuth? so, die Cops kommen in den Heli ihr fliegt über die Grenze und dann sichern wir uns freies, freies Fahren über die Grenze um so viele wie es geht erst mal in den heli mit den zwei cops ich gehe mal wieder aus dem vatersitz raus kommt bei durch Ne, hat sich der SPD kaputt Ich sitze jetzt hier in der Luft, ist die okay? Ja, das ist bei der Base oder so Ist ein Bug Denk, das ist mir auch passiert vor einem Meerfeld Finishing? Nein, lass sie liegen Wir brauchen sie wieder im Leben Wir lassen keine Staatsanhänger im Leben Guckt vorher, ob die... Ach, schön Ich bring mal die Waffen mit Wurde, ich will mal die Waffen voll Ich will mal die Waffen voll Komm mal zu mir und leg mal die Waffen hier auf den Boden Eine Waffe, jeweils Waffe und Magazin Nur die Herzen überlegen Aber nur ein Magazin, ne? Ja, erstmal Wo bist du? Ich steh in der Mitte, hinter den beiden Cops Hör mal das... Rauchschmeißen auf Wo bist du denn? Na dir Was? Ziemlich verarschen Bitteschön Für Sie Einmal aufheben Oh Herr Bro, hier legt die andere noch Aha Ah, ein Revolver Ach Herr Ferro, kommen Sie Hier liegt Ihre Hier liegt Ihre Rasten sich aus und drehen sich im Kreis und schießen uns alle weg Ja, das ist hier schon drauf Ich geh schon mal hinter dem Wagen Ich hoffe, die beiden haben jeweils sechs Schuss Dann einmal in die Mitte stellen Oh, es wollten noch welche kommen, sonst sollen wir nicht noch warten Rücken an Rücken Nee Also um 40 geht's los, oder das ist auch einfach drei Minuten Sollen wir's nicht so machen, dass wir auf ähm Auf Signal, dass wir schießen sollen, also dass wir das Signal geben Geht vor und hinter denen bloß weg, ich sage an euch Genau, genau Wir haben Lichtprobleme Es ist auch wenn man dunkel will, wenn man in die andere Richtung schaut Hä? Hä? Wenn du in die Scheinwerfer reinguckst, von den Autos, in der Mitte Dunkel Dann ist der Buch Also ich hab da kein Problem Ich auch nicht Kommt einfach auf den Winkel an So, das passt so, so können Sie stehen bleiben Oh Gott Ich geh vor meinem Auto weg Wenn ich lage los, gehen Sie los Und sobald wir in die Luft schießen, dann drehen Sie sich um und feuern Haben Sie das so verstanden? Aber schießt nur einer in die Luft, lass sich die Luft Nur einer, ja Ja, nur wenn er Ja Kann losgehen Wo gibst du das Signal dann, ne? Wo denn? Ja Der spannt mich nicht Gut, dann Lone Guck beim FMS, wie wirklich jeder Platz gemacht hat, damit er nicht abgekleinigt wird Okay, mach ich bereit Ja, jetzt auch Und schieß, schieß, schieß Wie sie... Wie lang sie jetzt... Oh! 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 Oh, dann finish sie! Heeeeyy! Medix, ja. Ja, ich fühle mich an. Medix. Da fühlst du ja noch mal.